Also jetzt hören Sie sich doch mal an, wie können mit dem Begriff die Entscheidung fertig werden. Ein Bauer, der Dach aus, Dach ein, nur Viehzeug aufgesogen, zu dem kam eines rachs der Storch, ein Klapperstorch geflogen, und hat dem armen Bäuerchen Mitte in finsterer Nacht, dass sich der weite Weg auch lohnt, zwei Mädchen gleichgebracht. Das eine davon, das ist zu viel, das haben wir nicht bestellt, rief da das arme Bäuerchen, wir haben doch so kein Geld. Die Bäuerin sagt, mach Kacketees, es wird verzwa schon reiche, geh, ruf der Bub, und du ihm jetzt endlich die Kinder zeige. Der Bub guckt sich die Kinder an, deut auf den Dicke truff, am anderen ist so nicht viel dran, den Dicke, zieh ma uff. Der Bauernschlauer Bauernsohn war jedenfalls von seiner Entscheidung überzeugt. Kinder haben nun mal ihre eigene Ansichte. Das hören Sie am besten bei dem folgenden Gedicht, die Überzeugung. Der Bauernschlauer Bauernsohn. Der Bauernschlaufer Bauernsohn. Übrigens. Der Bauernschlaufer Bauernsohn.